die und Bluttsammerklebe Nahrungsmittelkonserve müssen noch mal Nahrungsmittelkonserven so habe ich glaube ich will gefunden der Morgensfahrer wird um die Sitzenden drauf guck mal guck mal wie viele du hast k 2 diese und mit ja Konserven Stachelgrad Band Schmerz-Toblen-Nahrungsmittelkonserve, zwei Stück ich auch also ich weiß nicht ob die jetzt in unserem insgesamt wir fahren aber mal zurück ich fahre noch mal links hoch warte, wo links, hier? links, ja halala 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 ich glaube da könnten noch ein, zwei coole Sachen auf uns warten vielleicht Nahrungsmittelkonserven wow 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 so siehst du alter Yachthaar so bloß nicht zu schnell gegen diese, äh links am Bus kann man glaube ich auch noch vorbei also jetzt längs meinst du, ja zu Fuß am besten, ne? aber gut, so geht's auch boah so fangen wir erst mal hier hin der hin müsste in den Tunnel kommen ja, zugeschüttet der ist uninteressant ähm vorsicht ach geht schon ich habe ein bisschen auch schauen nach Sachen, die interessant sein können hier gibt es schon mal hier gibt es schon mal hier steigen wir schon mal aus hier sind bestimmt ein paar Schläger, die auf uns warten fehlt verstehe hier ein Auto ein bisschen defekt leider, schade aber sieht ganz cool aus, die Motorhaube ja auch ansonsten, äh naja so kommen wir mal eben auf hier so, morgen hier haben wir noch eine große Batterie eine große Batterie ach ja durchsuchen ein Magnet hab ich den jetzt? ja, hab ich ähm warum ist in einem PC ein Magnet ich weiß es nicht das Ding ist das ist so tödlich für'n PC eigentlich so den Ausgang gleich mitgefunden natürlich hm hier scheint aber trotzdem nicht viel interessantes zu sein ne wir können ja aber trotzdem mal auch da auf dem Schiff gucken da und hier überall mal ein paar Sachen vielleicht findet man ja noch ein Medipack oder sowas ja interessant ist es bestimmt ah oh ja hier ist was hier haben wir noch eine Truhe ein eigenmaumesser, ein schwaches aber naja ich glaube das brauchst du noch das brauch ich nicht oh wenn wir das Ding hier fahren könnten das wäre ja aber damit könnte man schon von der Insel verschwinden ja theoretisch ja praktisch äh sieht das nicht so aus au voll dagegen gesprungen ich auch ok ähm wo lang hier lang kommen wir hier hoch? ja komm hier wo sonst ist hier glaube ich nichts mehr da hinten ist noch eine Tür wo? ja können wir auch nochmal rein wo? ach so da warte ich könnte grad durchgucken ich könnte grad durchgucken jetzt kommen wir auch rein wir haben noch ein bisschen so viel sinnvolles 122 ich glaub der Elektroshot hier ist ganz sinnvoll weil wir den mal irgendwann brauchen ich glaub schon ne komm lass ich hier liegen wird der nicht weglaufen hm hier ist ein Teddybär und mit Spritzen im Kopf ok ich hab hier noch eine Tür nach draußen gefunden ja ist schon nicht so spannend ich will hier noch ein Gegner oder war das mein Wagen? nö das hier ist nichts mehr also das hier ist akkord nicht au na unzerkörbare Holzbarrikaden oh mein Gott oh will ich auch haben so links runter einfach würde ich sagen ja was ist denn in die Richtung da kommt noch was riesengroßes wenn wir gleich links ja genau hier hier kannst du ganz ruhig äh runterfahren oder geradeaus rechts und gleich links rein fahren Werkstatt im alten Jachthafen Jachthafen so klingt interessant bestimmt ist hier ne Werkbank und wenn nicht dann äh haben die den Namen verfehlt hier so auf jeden Fall ist hier ne Gaspel ich versuche mal ein Überblick ich schau mal eben ob hier irgendwo Energydrink Griechener sind bis aufm Dach da hinten da schnorren paar Gegner aufm Dach rum wo? wo? ach man auch da hinten wo? 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 und sonst ein bisschen du kannst ja noch rum gehen drin ist wahrscheinlich noch ein bisschen was aber wir sollten dann mal wieder ein paar Quests machen ja wir sind ja gleich mit der Erkundungstour rum es ist ja auch mal interessant ein bisschen zu erkunden weil wenn man die Welt nicht genau kennenlernt muss ich auch sagen ja ich glaub dann hat das Spiel irgendwie seinen Sinn verloren ist ja ein Open World Spiel ja aber ich denke mal wir müssen auch in den Kletzern noch ein bisschen so mal schauen ob wir irgendwo einen Weg kommen nicht rein ich geh mal rüber zu den anderen Zombies mal schauen ja dann warte aber wenig sind schon unterwegs hallo ich bin letztendlich Dankeschön so hier haben wir noch einen Schrank der leer ist so ich häng an Booten fest natürlich wie immer Hallöchen noch ein Gier ach ich hab ihn schon gesehen so und hier kommen wir auch glaube ich ich hab schon die Leiter gefunden also dann kommen wir da nicht hoch ist mir gerade auch aufgefallen dass das viel zu unlogisch ist so na da kommt er los zack hier hinten da schnauze BAM BAM los Fall 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 ich will hier runter treten das ist ja ermordet Oh ne Ausweis da liegt ein Ausweis in der Tasche da also auf der Tasche da 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 und da und da ach so ausweis nummer 16 so aus weiterhaut oh gott richtig aus und spricht auch unter ich bin doch dumm weiß ich nicht hier gibt es irgendwo eine werkbank nach ja da ist eine werkbank ich bin doch gerade ich hab doch letztlich eben noch erinnert die trinkt gesehen gehabt dahinten zwei energien ist und wir kommen hier rein weiß ich nicht irgendwie muss man ja eigentlich reinkommen hier hätten wir eine tür aber da kommt mich nicht klinik auf die gebe ich auch schon ausprobiert gibt es sonst noch was türmäßiges hier sie nicht so aus so ist es doch vorne der links und oben auf dem dach da wir auch nichts gesehen so glasmäßig zum beispiel durchschlagen kann ich kann auch gucken hm noch gerade am überlegen nö ich sehe hier nix ich auch nicht da muss noch ein verkacktes ruhe ich glaube ich dass da zum glück auf der europäische reifung ne ist auch egal müssen wir nicht rein wenn wir irgendwann rein müssen dann werden wir schon sehen hier ist übrigens die dritte 3 benötigt kommst du mal bitte ja hier hinten hinter dem gebäude wenn ich reinkomme ja ich bin schon unterwegs ich bin schon am laufen da unten super lässig stock ich bin schon immer mit ja du kannst ihn auch haben ich habe ich habe ihn erst mal mitgenommen ich kann den aufbewahren ich kann ihn auch wieder wegschmeißen ich kann ihn dir nachher auch geben mir ist egal du möchtest so warum hat wieder zu dings zurück ich komme auf karte ja hier haben wir auch alles erkunden als der kunden werden wir wahrscheinlich noch haben aber links waren bitte wenn wir rausfahren links straße folgen und irgendwann kommen wir rechts müsste noch ein haus sein und noch kurze kunden und dann kann man auch zurück recht ist ein haus hier ja genau so dieses gebäude ist auch vorne natürlich geschlossen ich habe ich bin ich habe so du bist liegen so wird sowieso liegen hier die tür gespannt was uns so erwarten wird ich höre schon jemanden ich auch so kommt das blättert kein thema hier hinten ist noch jemand so computerschrott so hier haben wir hier nicht viel so hier sollte ich nicht mal da oben ist noch was eine große batterie ja da hoch kann man nicht noch mal da hoch wo hoch hier auf der mittleren links da hoch was so hallo nahrungsmittel kann und ausweist als wertvoll in diesem spiel batterie ausweist auswärts auswärts naja gut wo wir sind die kiste schweres brecheisen so durchschauen das ding ist besser überhaupt passt schon ich bin zwar vorne raus aber egal ja ich gucke noch mal hinten hier ist nämlich noch eine truhe eine kiste noch ein brecheisen aber ein anderes und hier ist noch eine truhe nee keine truhe das ist ein koffer bisschen geld gut wir können wieder weg wir können dabei können dann eine quest jetzt mal schnell eben bei diesem komischen dinksbums mit unseren drei konservendosen wenn wir genug haben also wir brauchen genug theoretisch praktisch weiß ich ja nicht ob du ja ob das zusammengehört zu machen doch reicht glaube ich schon huch ich hab auf Q gedrückt das wollte ich gar nicht ich muss ich guck mal eben auf die Map ne ähm ich kann auch die Map Meister spielen nächstes müssen wir links die Map ist voll komisch ach die ist so riesengroß gerade Moment ich mach den ist da unten so oh das kann hier ist ja auch groß ah und fahren los geht's davon abgesehen ja oder so ein Sammeldi den kann ich immer eben mitnehmen ich bin ja so sozial und nehm gerne Leute mit werden links abbiegen müssen ach nee warte mal ich fahre geradeaus durch den Tunnel ach wir können ja auch schnell zum wir können ja auch zum schnell schnellreise ne ne ich hätte gesagt jetzt geradeaus und dann links weil da ist nur das das Resort das große alle ne kommen wir geben jetzt eine Quest ab naja muss ihr wahrscheinlich überhalten ja da muss jetzt rechts fahren ja auch irgendwo da oben ist glaube ich schnellreise abbekommen wir fahren zurück so ja dann haben wir das Auto wenig so umstehen beim Leuchtturm hat dann auch seine Vorteiligen das sind die Nachteile hat es ja auch egal so nächste rechts ne ja hier raus ma 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 ja gerade mal da geht hau tanker und Leuchte so nächste links weiß der ne ne klaus das sind aber euer links vorne das sind aber euer links vorne das sind aber euer woanders ja ja ah ok ja stimmt ne dann müssen wir den übrigen Weg fahren ne das war aber mal eine sehr schöne ergiebige Erkundungstour ein paar schöne Dinge gesammelt auch ganz gut gelevelt währenddessen ja und eine Quest erledigt freut einen doch ja so ein paar haben wir erledigt die eine da ne die uns da einfach mal ins Gesicht geworfen wurde hau hier steht ein Auto wir haben mal schnell hier hinten geparkt ich folge dir unauffällig ja mach das ich bin sowieso gleich so eine Tür noch fertig und jetzt sind wir da herrlich gib ihm mal was ab wie geht die Suche, Mate? wir haben nicht viel Essen noch das war alles das war alles oh blöde hell das wird nicht tun wir müssen noch mehr finden boah fick dich Baseballschläger den nehm ich natürlich mit das war alles das war alles das war alles ganz gut das war alles